Musik Brücke wird gebaut, Strom ist drauf. Perfekt. Sehr schön. Okay. Damit hätten wir das auch angeschlossen. Wir können jetzt zumindest da auch schon mal was ranholen. Das machen wir auch. Touris. Alles läuft bisher von dem einen einzelnen Depot. Ist doch nicht schlecht. Ich glaube die sind zu lang. Wir fürchten, die sind zu lang. Ähm. Touristen. Warte mal. Eigentlich sollen die nur Touristen transportieren. Ach komm. Okay, da können sie nicht umsteigen, aber es ist in Ordnung. Wir probieren mal. Komm. Fahr mal los. Zeig mal, was du kannst. Der rote Blitz. Da ist er. Hübsches Teil. Aber lang. Was hier für ein Betrieb mittlerweile ist, ne? Ist der Hammer. Hammer. So, warte kurz. Er geht da lang. Check, check. Ja, er fährt da lang. Er fährt da lang. Er muss. Ja, super. Wie fährt denn? Ja, der ist. Der fährt doch schon wieder total dumm. Er kommt doch gar nicht. Der kommt jetzt weiter. Ja. Ja, er kommt nicht rüber. Er fährt total doof. Na, manchmal sind die echt strunze. Man muss es ehrlich sagen. Die sind manchmal echt strunze. Guck dir das an. Er fährt jetzt hier hoch. Der fährt jetzt den Weg. Und weiß doch ganz genau, dass er da nicht rauf soll. Alter, ey. Kann ich gleich schon wieder eingreifen. Damit ich den oben lenken kann. Unglaublich. Oh, da passt es hinein. Das ist in Ordnung. Jetzt fährt der los. Hat natürlich... Oh, doch schon elf Touristen. Immerhin. Jetzt fährt der hier lang. Jetzt muss ich mal gucken, wie das hier ausgeht. Er wartet. Das ist in Ordnung. Er wartet auf den. Er fährt jetzt hier durch. Ja, der passt zumindest da rein. Okay. Dann machen wir das nochmal. So, bitte einmal M. Und Feuer frei. Hier ist dann auf jeden Fall mächtig Betrieb. Er wird wahrscheinlich genauso doof fahren. Normalerweise hätte er doch hier abbiegen können. Irgendwie der fährt. Ich bin überhaupt schon losgefahren. Ah, da kommt er. Ja, der fährt genauso dämlich. Okay, dann können wir das jetzt wegreißen. Ja, auf jeden Fall, ne? Ja, da hast du recht. Das wäre schon scheiße. Definitiv. Okay, der ist jetzt da drin, ne? Der fährt raus. Er ist natürlich jetzt hier mächtig Betrieb, ne? 28% Regierungsloalität. Alter, das ist nicht schön. Wieder ein Tourist. Naja, ist noch nicht der Burner hier. Gut, äh, zumindest läuft das. Können wir uns jetzt mal wieder um was Schönes kümmern, nämlich um den Ausbau. So, zack. Ich möchte auf jeden Fall ähm, eine Längsstraße hier haben. Ja, da führt, für die Parkplätze, ähm, schauen wir mal, Parkplätze. Hatten wir gesagt, die wollen wir ja so haben. Parkplätze. Oder wir bauen, äh, äh, Multi-Level-Garagen hin. Können wir ja auch bauen. Oder wir bauen solche großen Parkplätze hin. Parkhäuser oder Parkplätze? Was meint ihr? Parkhäuser oder Parkplätze? Äh, ja, Don, was habe ich denn Neues gebaut? Ich habe jetzt eigentlich nur die Linien gelegt hier. Das zum Laufen gebracht. Parkplätze. Okay. Okay, Parkplätze. Warte. Ähm. So, Parkplätze. Ähm. Jetzt brauchen wir wieder eine Querverbindung. Leider so ein bisschen doof gemacht, sag ich mal. So, dann können wir schon mal das miteinander verbinden. So, den mittleren nehmen wir auch. Das passt auch. So, Hotel. Und der passt auch. So, der hier ist, der passt sogar auch. Perfekt. So, haben wir schon mal ein paar Parkplätze. Ähm. Auf der anderen Seite werden wir auch noch was hinbauen. Ähm. Na. Na. Was auch immer. Na komm. Den noch weg. Setz doch Unterführungen, wenn du es eng gestalten willst. Unterführungen. Aua. Meinst du, ich soll hier einen Tunnel graben oder was? Oder eine Brücke? Ist das jetzt so eigentlich in Ordnung? Ähm, jetzt überlege ich gerade, ob wir da noch ein bisschen mehr hinbauen. Wir können, wir können ja wirklich hier auch einen See hinbauen. Naja, ist schon groß gebaut. Okay, wir können ja jetzt sagen, okay, wir bauen hier noch einen See hin. Ähm. Mal sagen, wir nehmen das jetzt weg. Ähm. Dann müssen wir aber ziemlich tief graben, oder? Bis hier Wasser kommt. Wenn hier überhaupt Wasser kommt. Ja doch, kommt. Ja, dann versuchen wir mal ein bisschen abzuglätten. Wir sind echt viel graben hier. Rennbahn am See, genau. Rennbahn am See. Ziemlich steil. Sieht aus wie so eine Art Baggerloch. Wir werden leider sehr steil runter müssen. Ähm. Ja. Ähm. Mod. Ähm. Hm. Oh, ich hab sogar Palmen. Ähm. Let Beach. Das Problem ist, man kann es nicht richtig machen. Das ist leider ein bisschen doof. Da kann ich jetzt das hier so ranklatschen. Leider sind da die Möglichkeiten doch ein bisschen sehr beschränkt. Strand entstandert. Ja klar, den haben wir. Sicher, den haben wir. Ähm. Tourismus. Ne, warte mal. Wo läuft denn das? Oder was läuft denn das? Ähm. Ähm. Läuft bestimmt unter. Ja. Fuck, das sind ein bisschen Trier und Accessoires. Oder was läuft denn das jetzt? Verdammt. Sport, ne? Ja doch, hier Sport. Nee. Flat Beach. Ja, Strand. Ja, aber den krieg ich hier nicht ran. Na. Glaub nicht, dass ich hier vernünftig ran bekomme. Sandy Beach. Larch. Ähm. Strand. Strand. Das ist das, ne? Ja genau, das ist das, was wir haben. Ähm. Der wird hier nicht richtig hinpassen. Hm. . Das ist das. Duweine. Also. Duweine. Ja, ich befürchte, dass wir den hier nicht hinbekommen. Links und rechts muss nur was weg. Aber nicht, dass wir den hier vernünftig ranbekommen. Ah, ein bisschen geht noch. Ähm, stopp. Nicht auf dem Wasser bauen. Okay. All dieses Gebäude. Das ist so minimal, was hier ist. Komm schon. Jetzt hier brauchen wir auch nicht alles umreißen, nur für diesen einen Strand hier, weißt du? Pass da nicht rein. Leider nicht reiß da nochmal auf der Seite was weg. Aber geht auch nur in Minischritten. Probieren wir es nochmal. Keine Chance. Höchstens schräg. Allerhöchstens. Mal gucken, ob wir das irgendwie in Schräg hinkriegen. Glaube ich aber auch nicht, dass es reinpasst. Das ist halt das Doofe, ne? Man ist so unflexibel mit den Standardsachen. Ne. Ne. Das wird so nix. Machen wir woanders. Das machen wir dann woanders. Irgendwie vielleicht hier hinten irgendwie noch dran oder da. Mal gucken. Obwohl, naja, eine Bahn da langfährt, ist auch doof. Machen wir folgendes. Watch. Ich probiere es trotzdem mal mit das hier vernünftig auszukleiden. und ein paar Palmen hier hinsetzen. Ähm. Gucken wir, dass wir irgendwie auf einer Höhe möglich sind. Dann ist ja leider, was das angeht, ein bisschen eingeschränkt. Ah, das ist zu viel. Quatsch. Was man das in der Höhe nicht ändern kann, weißt du? Das ist das Problem. Dann machen wir halt hier noch ein bisschen was hin. So, dann lassen wir mal so. Machen wir noch ein paar Palmen hier hin. Machen wir mal so ein paar Büsche und Bäume. So eine Art Sichtschutz oder sowas. Besser geht's nicht. Besser geht's einfach nicht. Wir haben ja noch nicht mal die Möglichkeit, einen Weg hier hinzubauen. Das ist jetzt nur Optik. Ja, fast 110. Die 110 kriegst du heute voll, Don. Mach noch eine halbe Stunde. Ja, lass mal ganz kurz gucken. Ja, Ibis kriegt die 150 auch voll. Wir machen jetzt 120.000 Rubel plus. Das ist in Ordnung. 4,58 Tage. Ja, siehste, läuft auch. So, ähm. Ja, Leute, rechnet mal aus, was der Lukas hat, ne? Das ist schon richtig bitterböse. Das ist schon richtig hart. Ja, das ist schon, äh, krass. Aber das ist auch ein echt geiler Support von euch, muss man auch mal sagen, ne? Also, das ist Hammer. so. So. Komm, zu scharfe Kurve. Ich bitte dich jetzt, hör doch mal auf, zu spinnen, ey. So, den haben wir auch. Wie gesagt, ich verbinde die jetzt noch. Hi, Gibson. Herzlich willkommen. Wie geht's dir? Hoffen wir doch mal gut. Und den haben wir auch. So, das machen wir hier. Ich hab das Gefühl, ich rücke immer mit den Häusern immer ein Stückchen weiter raus. Läuft bei dir? Ja, bis auf die üblichen Verdächtigen, ne? Rücken, etc. pp. Ist soweit eigentlich alles okay. Aber auch nur dank, dank Tabletten. Aber freut mich, dass es dir gut geht. So, den haben wir auch. Dich docken wir auch noch an. Und dich kriegen wir auch noch dran. So. Ach, jetzt haben die sich hier schon wieder voll verknuddelt. Jetzt hab ich so ein Geschenkssymbol, wo steht 25 Subgifts. Ja. Na, danke. Ähm, was ist denn mit dir hier, ey? Das ist schon wieder... Was habt ihr denn da wieder für Probleme, Leute? Noch näher kann ich's nicht bauen. So, jetzt ist das Chaos komplett perfekt hier. Jetzt ist das Chaos hier perfekt. Das ist der hier... Das verstehe ich nicht. dass der da nicht hält. Ach, komm, Leute, ey. Come on. Ist doch eigentlich richtig. Er macht, was er wollte, ja. Anarchie bei den Trams. Aber du bleibst da. Ja. Ja. Ja, ja. Jetzt, jetzt hat das irgendwie gekraft hier. Warum auch immer. Unglaublich. So, warte mal kurz. Und da kann ich nicht setzen. Chain. Standard. Nee, Quatsch. Ja, normalerweise ist es richtig. Problem ist, der hängt sich hier öfter mal auf in dieser blöden Schleife. Warte mal, komm, verpiesel dich. Okay. 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 Das, cool. salt. ло, bin, nie, bin, ndg, Bis zum nächsten Mal.